Guten Morgen und herzlich willkommen zu Hals Maul! Ein Podcast, in dem wir genau das Gegenteil tun. Mit mir, der Original GFS, Yvonne als Stand. Und mir, dem Fashionmonster Meta Morkid. Yippie! Und heute reviewen slash rosten wir unsere Drag Race Looks. Oder beziehungsweise den ersten Teil. Guten Morgen, Grüß Gott. Wir sind's. Quick Disclaimer. First of all, vielen Dank für die Liebe, die wir für die erste Episode bekommen haben. Ich habe gestern eine Show gehabt und einige Leute haben mich darauf angesprochen. Und haben gesagt, wie cool, dass die erste Episode war. So, thank you very much. Thank you für die Fünf-Sterne-Bewertung. Und für das Folgen auf Spotify. Second thing second. Ich habe gestern eine Show gehabt. And I look a bit tired. Und ihr könnt sie sehen, weil das ist unsere erste Video-Episode, die rauskommt, weil wir die Looks eben besprechen und euch ein bisschen ein visuelles Element auch geben wollen. Wenn ihr das nur auf Spotify hört, dann umso besser, dann müsst ihr mich nicht in meine müde Fresse starten. Also, ich sehe super aus, weil ich bin gestern ganz früh ins Bett und war heute Morgen im Gym. Deswegen, ihr könnt euch gerne meinen Teil angucken und ihr könnt ein Post-It über Meta's Seite kleben oder so, keine Ahnung. Genau. Halt's mal, also. Der ist Prosecco in dir, okay? Okay, der ist frischer Ohr. Das ist saft in dir. Prost. Das ist übrigens die Iconic-Tasse. Die musst du jetzt eigentlich als Merch verkaufen. Das ist so stupid. It's so stupid. But it's just a big mug and I live. You know? It's just great. Für die nächste Folge hole ich mir auch so eine Tasse mit irgendeinem Geil. Oh, bitte. Yes. Stupid Tasse. Great. Yvonne, what the fuck is going on? What's happening? What's happening? Ja, ich mache mich gerade ready für Sascha Velour am Montag. Ich perform nämlich für ihre Show The Big Reveal in Hamburg mit ihr zusammen auf einer Bühne. Hau mit das Gesicht. Und ich freue mich mega, bin natürlich auch aufgeregt und ein bisschen horny. Und du? Und da meinen wir natürlich, horny meine ich natürlich wegen dieser wunderbaren Teufelsmütze, die uns der liebe Nanni Mark Viech aus Wien gemacht hat. Yes. Hast du gewusst, dass das Mark für Magister steht? Ja. Okay. Weil letztes Mal hat irgendwer ihn anmoseriert und war so, der Pan ist so gut, Nanni mag Viech. There is no Pan. Anyway. Moving on. Sascha Velour, es ist so geil. Es ist du, Tessa und Barbie? Barbie Breakout? Genau. Barbie macht in Berlin, deswegen muss ich nach Hamburg fahren. Vielen Dank, Barbie. Tessa macht in Zürich und in Wien ist sie nicht, ne? Ne, sie ist nicht in Wien dieses Mal. Sie war mit ihrer letzten Show in Wien. Ähm, aber dieses Mal nicht, keine Ahnung warum, aber ja. Sie hat eh Pandora gefragt. Der ist Prosecco in here. Der ist Prosecco in here. Ist da wirklich Prosecco drin? Yes, of course. Yes, of course. Ja, Meta, wie geht's dir? Wie war deine Show gestern? Was war's für eine Show? Ich hatte gestern Club Couleur im Das Windowuna. Ähm, es war viel cool. Wir waren ausverkauft, es waren so viele Leute dort. Und, ähm, ja, wir haben sehr viele Live-Sänger gehabt. Es war spannend, weil normalerweise jeder immer lip-singt, weil Dragshow. Und gestern haben wir sehr viel Live-Sang, es war sehr cool. Und eins, was ich mir mitgenommen habe, ist, ähm, zwei Mädels haben einen Song gemacht, der hat ein Mösenbüro geheißen. Mösenbüro? Mösenbüro. Yes. Rockhead und Miss Panpan. Und dann am Schluss haben sie so Spoken Word gemacht, wo sie so waren, so, jetzt kommt die Pimmelzentrale, die Pimmelzentrale. Und ich hab dann auch eine Moderation gehabt. Also bin ich dann rausgegangen, nachdem sie gesagt haben, jetzt kommt die Pimmelzentrale. Die Pimmelzentrale. Und ich komm raus und mal so. Hallo, ich bin die Pimmelzentrale. So, I don't know what that. Viconic. Aber ich hab da ja auch schon mal performt und es ist ein richtig geiler, ähm, Venue, finde ich. Oh, yes. Vagabunda? Das Vindowuna. Vindoda. Das Vagabunda. But for now, let's get into the real, real, real shit of today. Drag Race Germany. Und zwar unsere Looks. Wir haben vor uns ein wunderbares PDF-Dokument, das die Yvonne zusammengestellt hat, wo alle Looks nacheinander aufgereiht sind. Und wir werden da so ein bisschen, äh, einander kommentieren. Vielleicht ein bisschen was sagen, was uns zu den Looks noch einfällt, was die Leute nicht wissen. T-Spillen. T-Spillen. Im Rahmen unseres NDAs. Und wir starten natürlich mit den Promolooks, die für euch die ersten Looks sind, die ihr gesehen habt von uns. Aber eigentlich, das die letzten Looks sind, die wir, äh, gemacht haben, weil wir das ganz, ganz am Schluss noch geschuttet haben, als letztes Ding vorm Wegfliegen. Ja, Promo Drag Race Germany, Yvonne Nightstand. Promolook, also erstmal, ich erinnere mich voll gern an diesen Tag, weil das war so ein bisschen der Abschlusstag. Das war, nachdem alles abgedreht war, dass plötzlich der ganze Stress von einem abgefallen, man war nicht mehr in diesem Competition-Mode. Und es war irgendwie so ein bisschen alle zusammen, alle hatten Spaß, schöne Fotos machen, Videos machen, ähm, alle nochmal letztes Mal zusammen. Und fangen wir nochmal an mit deinem Look. Dieser Look ist eigentlich einer meiner Lieblingslooks von dir. Ich finde, der ist halt so geil, quintessential, metamorkid, schwarz-weiß, natürlich. Auch wenn es nicht auf dem Bootboard war. Ups. Ups. Ähm, und dieses Rot dazu, ähm, ist einer meiner Lieblingslooks von dir. Ich finde es mega, dass der so grafisch ist. Der ist auch vom Gerhard Spiegel aus Wien, ne? Yes, 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 of course. Yes, of course, ja. Shut up. Yes. Ich mag eigentlich alles an dem Look. Ich finde, der erinnert mich immer ein bisschen an ein Zirkuszelt. War das die Inspo? Ähm, nicht die Inspo, aber I agree and I understand. Es schaut ein bisschen die Mermaid Tail hinten. Ist ein bisschen Zirkuszelt-mäßig. Aber auf geil, ja. Und wenn ich mir uns jetzt so beide angucke, dann sehen wir ein bisschen aus wie ein Bischof aus deinem Probo-Look. Ja, true. Hast du noch irgendwas, ähm, irgendwelche Behind-the-Scenes-Tee? Ähm, ich finde den Look wahnsinnig impressive von Gerhard, weil alle Streifen sind halt einzeln draufgenäht. Und es ist, he created the fabric, the fabric didn't exist before. So, I'm just obsessed with it. Und das ist auch einfach der Look, der immer und immer wieder zurückkommt. In meiner Ohren-Kollektion ist er wieder zurückgekommen. Like, everybody knows this look. Ähm, und ich bring auch jetzt Socken raus mit dem, äh, Look drauf. So, come on. Die Person hat mich auch angesprochen mit den Socken. Auf dem Ball. Yes. Cappuccino. Cappuccino? Haha. Cappuccino. Aber bitte betarfe mich. Ähm, könnte ich mir auch Socken machen. Ich hab das schon wieder ganz vergessen. Ja. Leute, lasst, lasst doch ein Like und einen Comment da, wenn ihr eine geile Fix-Socke wollt. Aber nur eine. Äh, ein Wicks-Socke. Genau. Nur eine? Äh! Für die Linke. But let's get to your look. Ich liebe diesen Look. Ich find den voll cool. Und ich find, es gibt wenige Drag-Artists, die es schaffen, äh, ein gelbes Karo-Ding mit, ähm, mit diesen Handschuhen und diesen Schuhen und dann den blauen Haaren zu matchen und es trotzdem nicht überladen und messy aussehen zu lassen. Ich find den so gut. It's great. Danke schön. Ja, ich muss sagen, ich bin auch einer meiner Lieblings-Looks aus der Staffel. Den Anzug hat Laura Gerte, eine Freundin von mir gemacht. Das ist eine Designerin hier in Berlin, mit der ich auch zusammen zur Uni gegangen bin. Ähm, die Handschuhe sind von Bambi Mercury. Die Schuhe hab ich mit Stickern beklebt, dass sie das Punktemuster kriegen. Und die Perücke ist von Candy Crush. Also hat mich der Look, glaub ich, ungefähr 80 Cent gekostet, wenn man die Sticker mit einrechnet. Wow. Und ich mein, mehr Yvonne geht halt nicht. Come on, Budget, let's go. Ja, mein Budget war 80 Cent für den Promolook. Also ne, es war eigentlich 50 Cent, ich bin ein bisschen drüber. Ach, Scheiße. Ähm, ähm, nee, wir Promo haben wir geslitten. Promo haben wir geslitten, meine Damen und Herren. Find auch, wir haben, wir beide haben mit die besten Promolooks. War auch, als die Staffel rauskam und die Promolooks so bewertet wurden, waren wir immer ganz weit vorne. Ja, voll. Wer hat denn da einen Least Favourite Promolook? Mein Least Favourite Promolook? Ähm, ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie sich alle ausgeschaut haben. Ich muss mir das jetzt kurz anschauen auf Instagram. Mein Least Favourite Promolook, ich muss sagen, ich find's, ich find alle cool in ihrem eigenen Recht. Ich find, es schaut ein bisschen so aus, als hätten wir alle eine andere Prompt gekriegt. Und am Schluss hat man sich einfach hingestellt und gesagt, ja, das ist irgendwie das selbe Thema, weil Glasscherben oder so. Äh, keine Ahnung. Ich find, alle haben das, haben das gut umgesetzt. Könnte jetzt niemanden rauspicken, wo ich sag, dass das schlecht ist. Weißt du, was ich mein? Ich glaub, es gibt Schwächere und Stärkere. Ja, ähm, das Prompt war, eigentlich haben wir voll das geile Moodboard gekriegt mit so Club-Kids. Und ich dachte auch, dass unsere Promo so eine Club-Szene wird. Ähm, aber ich glaub, dann ist das Budget ausgegangen und dann haben wir im Queenscreen die Scherben gemacht. Aber die Scherben sind auch süß. Das Thema war dann break free. Ja, ich find, es schaut voll cool aus. Ich hab aber auch glaubt, dass wir irgendwie in so einem Underground-Club irgendwo schieben. Ja, ich dachte, es wird so ein bisschen dark, so Berghaini. Ja, genau. Ja, voll. Dann hätten die Kita und ich so aus der Toilette rauskommen können zusammen, weißt du. Aber naja, gut. Irgendwas lustig. Ähm, äh, ich find's aber auch geil, wie wir alle dieses Moodboard so richtig nicht beachtet haben. Ich hab's voll gut beachtet. Es war nämlich, es war Schattenmuster und es war gelb drauf. Und das hab ich gemerkt. Ja, äh, Naomi und Lorelei haben sich auch immer und immer wieder drauf aufgehängt, dass sie die Einzigen sind, die, wo sie wirklich das Thema erfüllt haben. Ja, sind auch die langweiligsten Looks, ne? Ähm. Okay. Moving on, Episode 1, Entrance-Look. Dein Entrance-Look. Ich fand den mega. Du bist reingekommen und ich dachte sofort, okay, geile Fixer. Ähm, der, ich find, der korrespondiert auch voll gut mit deinem Promo-Look. Das ist ja irgendwie so, die kommen ein bisschen aus derselben Welt. Yes. Und es ist auch wieder Quintessential Metamarket. Das ist halt so ein Blöd, weil die kann man so wenig roasten. Ich find, die Schuhe hätten auch ein bisschen cooler sein können. Das waren so Wildleder-Overnees oder so sind das, ne? Ja. Die Schuhe waren ein Afterthought, obviously. Also, I don't know what to do. Ähm, also, wir haben keine Zeit gehabt für das, also wenig Zeit, das vorzubereiten. Das heißt, du hast einfach manchmal so Sachen, die du nicht vorbereitet hast. Ähm, ja, mein Gedankengang in meinen ganzen Looks war so ein bisschen, ich wollte am Anfang schwarz-weiß jedem richtig reindrücken, damit das so mein Branding ist und alle so sehen, okay, schwarz-weiße Haare, haha, was kommt als nächster? Und hab dann halt gleich drei Looks nacheinander gemacht und danach immer weniger schwarz-weiß gemacht, einfach damit's nicht annoying wird und nicht, äh, like, there is more to my drag than schwarz-weiße Perücken, aber am Anfang find ich's wichtig, damit du ein Alleinstellungsmerkmal hast, so du bist nicht die 50. mit einer glotten, langen, blonden Perücke, you know, it's like, we've seen it. Dein Entrance looked, ich find den Saga, mir gefällt der. Is it a Richard Quinn Influence, oder? Also Inspiration? Ja, genau, also dieses, ähm, das Plumenkleid, Plum, ich hab, ich hab voll gemerkt, dass ich so eine, ähm, BP-Schweche hab, ich sag immer, das B-Voll-Schweche, das Plumenkleid, Plumenkleid, Plumen, das blaue Plumenkleid, das Plumenkleid, ähm, hatte ich tatsächlich schon im Schrank, das hab ich selbst gemacht aus so einem Humana-Stoff, den ich mal irgendwie gekauft hab in Berlin, ähm, und genau, und dann, ähm, weil ich Richard Quinn voll geil finde, hab ich dann dieses schwarze Gummi-Zeug dazu, ähm, äh, äh, kombiniert, und mir dann noch eine 10-Euro-Amazon-Perücke aufgesetzt, weil ich dachte auch, Branding, billige Perücken, äh, du schwarz-weiß, nicht billig, ähm, und fertig ist, fertig ist der Look, ähm, ne, ich mag den auch sehr, der ist auch wieder eine gute Representation, weil irgendwie muss man ja auch den Leuten am Anfang ein bisschen zeigen, wer man ist, und ich glaube, weil ihr wollt irgendwie so eine Mischung zwischen Fashion und Clown, deshalb hab ich das ja ganz gut getroffen, würd ich sagen, aber der war so warm, dieser Look, und es wurde ja gesagt, dass der Workroom ergeblich saukalt sein soll, was not the case, AC ging die ganze Staffel komischerweise nicht, ähm, und ich kam da rein und hab mir so einen abgeschwitzt, mir ist der Schweiß, die Schläfen runtergelaufen, man sieht's zum Glück im Fernsehen nicht, aber ich, dachte, ich überlebe den Tag gar nicht. Ja, und mir ist die Perücke auf der Seite runtergegangen, die Laces gepoppt, der Kleber Deine Lashes runtergegangen? Meine Lashes runtergegangen, weil wir erstens einmal sechs Stunden warten müssen haben, und zweitens einmal, ich für Drywurst mir gedacht hab, hm, ich probier mal einen neuen Kleber aus, because that's very smart to do, und dann haben neben, dann haben irgendwie Tessa, Yvonne und ich die Crunchy Corner gegründet, von, ähm, Yvonne die schwitzt, ich mit meine Lashes, meine Lace und, äh, Tessa, 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 Tessa was Tessaing, Tessa was Tessaing, aber man muss dazu sagen, Tessa sieht jetzt super aus, Tessa hat den größten Clow-Up, Clow-Up, absolutely, größter Clow-Up, ab aufs Clow, ja, wobei es nicht viel dazu, no, I like, Bob-Up-Looks Perions, hey! Super, genau dafür hört ihr euch doch die Folge an, dass wir uns gegenseitig Komplimente machen, oder? Ja, die ersten Looks sind gut, es wird dann irgendwann... Es wird, es wird noch, es wird noch rough, also auf meiner Seite noch irgendwie... Es wird noch rough, also auf meiner Seite noch auf der Fall, ja... Episode 1, der Runway war Signature Track, ähm, dein Look auch... Sorry, wieder ein Look, den ich mega geil finde. Das ist eine Mr. Oyster-Inspiration, ne? Das ist so ein Fashion-Illustrator auf Instagram, der macht richtig, richtig coole, selbst Reggie-Fashion-Illustrations. So eine Venus-Flytrap-mäßig. Diese Boa ist voll geil. Die erinnert mich an diese, kennst du diese Schlangen von Ikea, die früher alle hatten? Jawohl. Ich hab auch so eine für eine Britney Spears-Performance und daran erinnert mich die ein bisschen, aber halt natürlich egal. Wieder schwarz-weiße Haare, aber wieder anders. Ja. Und man muss dazu auch noch sagen, Meta hatte für jeden Look ein paar Custom-Nägel mitgebracht. Period. I sure did. Und ich auch. Die waren vielleicht von Primark, aber trotzdem hatte ich für jeden Look ein paar Nägel mit dabei. Und in einem Plastik-Sackerl. Und ich hab immer blind reingegriffen. Ah ja, die passen. Nude, nude, nude. I love this look. I love this look and I still think I should have been high for this look because this was just incredible. And also, I was so mad in that episode. Weil ich hab mich umgeschaut im Raum und ich war so, can't nobody touch this. Who's touching it? Can't nobody touch it. And then they said save and I was like, ah. And my trajectory for the season was set. Naja, komm. Ähm, ja, als wir nach hinten, als wir, als wir die Safe-Queens nach hinten gegangen sind, war Meta so pissed. I was so pissed. Meta saß so dann in diesem Raum. Ja. Für alle, die grad zuhören, sie sah pisst aus. I was pissed as fuck just because, ähm, wie ich hingefahren bin, war ich so, okay, das ist einer meiner stärksten Looks. Kennst du? Also ich liebe den Look, aber ich, Jetzt nicht mehr, wie ich hingefahren bin, war ich so, okay, das ist mein stärkster Look, you know, bla bla, I did everything. Und dann, wie sie waren safe für den Look in einer Look-Challenge, war ich so, fuck, like, was mach ich dann, wenn die Looks kommen, die ich nicht so gut empfinde? Also, it was just me being scared as fuck from like, what's gonna happen from now on if they already see this as a safe look? The fuck? Ja. Aber dann, merkt man, dann irgendwann realisiert man, dass das Stretching eh in die Sinn macht und dann kann man eh nix mehr machen. Ja, es wurde einfach gewürfelt, drei Namen wurden aus dem Hut rausgezogen. Shake the rice and roll the ice! Und, it is what it is. Ähm, zu deinem Look. Ich find den Look super. Sorry, es ist wieder, wir sind jetzt in der, in der Komplimente-Ära. Ähm. Wir sind in der Honeymoon-Phase. Ich liebe den Look, ich liebe das, das Muster-Mix an dem Ganzen, die Bunny Ears, ich hab die gesehen an dem Tag und die war so, love it. Great. Wir waren am Anfang noch nicht so close, deshalb hab ich noch nicht so viel von dir gewusst, nur so ein bisschen von Instagram, was, was ich so gesehen hab. Ich find das Make-up ein bisschen wüt im Gegensatz zu jetzt. Ja, ich mag das Make-up gar nicht, also ich liebe diesen Look, den hatte ich tatsächlich auch schon im Schrank, den hab ich selbst gemacht aus irgendeiner Secondhand-Gardine. Ähm, ähm, ich lebe den halt von der Color-Story voll, das passt ja, das ist ja auch bald Ostern, also, äh, wer mich hier als Easter Bunny buchen möchte, ich kann mal eure Eier suchen. Ähm, aber ich stimme zu, ich find das Make-up, ich mag das Make-up gar nicht. Ich mag auch irgendwie pinke Lippen an mir nicht, komischerweise. Ich hab früher nur pinken Lippenstift getragen, mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, ich seh irgendwie voll alt aus, find ich, in diesem Bild hier. und ich weiß auch nicht, weiß auch nicht, was die Alte da im Hintergrund zu lachen hat, ja? Also, die hat, die hat er grad gewonnen, ne? Ja. Won the, won everything at that point. Sie ist auch, ja, sie wusste schon. Ähm, nee, ich bin gut. Aber, ah ja, genau, eine Sache fällt mir ein zu dem Look, ich hatte da so, so Versace, Knock-Off, äh, Chunky, so rosa Heels an und ich bin voll aus denen rausgerutscht beim Runway, weil die irgendwie nicht so gut gehalten haben und ich hatte voll Angst, dass sie mich da verreden werden, aber sie haben zum Glück nichts darüber gesagt, weil ich bin echt einmal fast komplett aus dem Schuh rausgerutscht vor Sheeran David und ich so, geil. Ja, aber wir waren ja safe, oder? Ja, wir waren safe. Wir waren beide safe, ja. Love it. Huge. Now, next category is, ähm, die erste Sewing Challenge, die wir gehabt haben, in Episode 2, direkt, und zwar war das Fetisch Design Challenge. aus Secondhand Sachen, aus dem Fetisch Store, irgendwas zu machen. Ich glaube, ich habe da die Mini Challenge gewonnen und ich habe aber keinen Head Start gekriegt beim, ähm, beim, äh, Material aussuchen, was ich richtig schade fand, weil du, irgendwann später in der Staffel, du hast einen Head Start gekriegt, irgendwas auszusuchen. beim ersten Mal, der Favoritist Muffetall, ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht hat, vielleicht erpresst die Stadt wie ein Barbie. Hat da mal jemand drüber nachgedacht? Der ist Prosecco hin hier. Eine geschobene Geschichte hier. Dein Look, ja, ich finde, das ist tatsächlich einer meiner, nicht least favorite, aber das ist der, one of the most unexciting von deinen Looks. Der ist gut gemacht, aber der ist irgendwie so ein bisschen, ja, aber man muss auch dazu sagen, die Materialien, die ihr uns gegeben haben, waren extrem nervig zu verarbeiten. Das war alles so Gummistoffe, PVC, die, und die Maschinen sind natürlich auch kompletter Trash. Also das hat sich nichts richtig nähen lassen und kleben kann man die auch nicht, weil die, weil da kein Kleber drauf hält auf diesen glatten Obermaterialien. Und dafür hast du es eigentlich sehr schön gemacht. Was man hier nicht sieht, ist, dass Meta noch so ein Popo-Reveal hatte hinten mit so einer Schnürung im Rock, was ganz cool war. Ja, ja. Ähm, und die Haare sind geil. Aber das Outfit ist ja auch. Ähm, ja, äh, wie wir es gefilmt haben, war ich so, I think I'm good. I think I might be in the top, I might win. Dann hab ich Lorelei's Look gesehen und war so, okay, I might not win because that look is just, das war die gute Version von dem Look. Haha, ja, ein bisschen. Weil Lorelei, Lorelei war so am strugglen, die war so down die ganzen, den ganzen Tag. Wir haben, also erstmal muss man dazu sagen, wir haben ja echt nur 24 Stunden, beziehungsweise nicht mal 24 Stunden gehabt, um diese Looks uns aus dem Arsch zu ziehen. Ähm, literally, oder den Arsch aus den Looks zu ziehen bei dir, in dem Case. Und Lorelei war so am strugglen und hat irgendwie nachts noch ihr Konzept geändert und ich dachte, das ist auch gerade die Arme, die geht bestimmt heim. Und dann kam sie um die Ecke in dem Look und ich war so, äh, okay. Ja. Plot twist? No, she, she absolutely ate that sewing challenge up. There was no competition. Ähm, ich bin, jetzt, wenn ich so zurückschaffe, ist, I was just trying to be safe. Also ich hab patterns mit gehabt von Sachen, die ich machen konnte und I was trying to be like, just survive. I, my skill level wär stark genug, dass ich was extrem cooles machen hätte können, aber ich hab einfach nicht. I was like, I was also playing the long game, I will be quite honest about this, ich bin schlafen gegangen. Ich war irgendwann so, I would rather, I would rather have my energy for future challenges than now be in the top and absolutely fucked up tomorrow for a comedy challenge, you know. So I was like, I'm just gonna do this and sleep. Und ich finde, man sieht das ja auch voll oft, dass Leute anfangs von der Staffel voll den Höhenflug haben und dann jetzt runter und ich dachte mir auch, lieber am Anfang ein bisschen safe sein und dann am Ende reinhauen. Voll, absolut. So let's get to your look. It's also not my favorite look ich glaube, es liegt aber wirklich hauptsächlich an dem, dass das Fabric einfach schwierig ist und wir haben nur das zur Auswahl gehabt, das heißt, das was also not your favorite choice. Ich finde es cool, dass diese Cutouts irgendwie drin sind, dass es nicht nur ein Bodysuit ist und ich finde die Idee mit dem Ponytail-Patch saulustig. Ja, ich liebe das Headpiece, das Headpiece habe ich tatsächlich auch noch, den Rest, den Anzug habe ich dann auch tatsächlich weggeschmissen, weil der auch auseinander gefallen ist, weil wie gesagt, da hat dann nichts gehalten drauf. Ich wollte halt so eine Gummipuppe darstellen, ich fand die Idee cute, wenn ich irgendwie mehr Zeit gehabt hätte, wäre es auch noch ein bisschen geiler geworden, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich kein Padding an habe, ich sehe aus wie Spongebob mit zwei Melonen draufgeklebt. Stimmt. Und ich finde mein Make-up ganz geil, weil ich so ein Puppen-Make-up gemacht habe, aber ja, das ist auch nicht mein Favorite-Look, muss ich sagen, aber ich wusste auch, ich dachte auch, mit dem bin ich auf jeden Fall safe wollen, als ich die anderen Looks von anderen gesehen habe. Oh ja, no, I mean, they said Sewing Challenge und die war so, okay, good, Episode 3, here we go. Ich war erleichtert. Ja, vorher, like, it was fine. The next episode is Episode 3 and the category is Glitter Party, honey. Fangen wir mal mit deinem Look lieber an. The difference in the two pictures is just so iconic to me. It was a great week for me. Ja, fangen wir mit deinem Look an. Ich finde, das ist vielleicht sogar der beste, ja, ich glaube, das ist der beste Look der Staffel, in my opinion. Das Einzige, was man daran aussetzen könnte, ist vielleicht, dass kaum Glitzer drauf war, aber ganz ehrlich, wenn der Look so geil ist, dann kann man auch ein bisschen drauf scheißen. Ja, was soll ich dazu sagen? Du sagst dir also, das ist kaum Glitzer drauf gewesen. Du hast literally drei Streifen Glitzer auf deinem Outfit. Okay, Konstantinos. Meins war auch bestraßt, worum ich talking war. Ich sage dir, dass es trotzdem saugeil ist. Das Outfit ist von deiner Bolesk-Mutter, ne? Ja, von Kalinka Kalaschnikow. Und das war so der Look, wo ich so war, I don't know, how far I'll get on Drag Race, but I need to show this look, because I know it's just showstopping. And I just, I'm obsessed. Und das war halt choreografiert, and I knew exactly what I was doing, und ich habe so ein bisschen das Auszug, das Bolesk gemacht, und bla, bla, bla. Und Glitter Party, ja, es war ein bisschen so, it's gonna be such a stunning look, that if they are like, wo ist das Glitzer, bin ich so, wo sind die restlichen Looks der Staffel? So, wo ist die Konkurrenz? I was like, girl, I'm gonna be fine, it's just fierce. Das muss man auch noch zu dir sagen, deine Runway, also dein Runway Walk und so ist natürlich auch immer noch next level, du verkaufst die Looks halt auch noch mega dazu. Thank you. Oh, opinions. Ja, sag. Obwohl ich sagen muss, dass bei Drag Race meine Auffassung von Drag Race Runways, wie dort war, war, be fierce, show the look, be like, be a model, und dann später hab ich checked, dass sie bei Pandora zum Beispiel oder bei Kelly so waren so, oh mein Gott, du hast das und das noch extra gemacht, du hast performt, du hast irgendwie nur was extra gemacht und ich war so, oh, because to me it was about showing the look and not about like showing my extra talents und dann später hab ich das gemacht and then they were much more like in love with me after I did like the extra mile so, advice to anybody who ever goes to Drag Race fucking fuck it up on the runway and they will love it. Ich hab das nämlich auch gemerkt, weil bis zum Glitter Runway hab ich ja, entweder war ich safe und hab schlechte Runway-Kritiken bekommen und dann ab Rave Parade hab ich irgendwie Spachsinn auf dem Runway gemacht und dann war ich plötzlich in der Top. Ja, ich hab auch mal die Note gekriegt, du musst Spaß haben auf dem Runway und ich so, ich bin eine Bolesk-Göttin in einem Glitzer-Look, was erwartet's für mich, dass ich immer auch guck, 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 guck! Eco, guck, guck! Whatever. Ähm, hi! Ähm, zu deinem Look! Okay! Schau, mein Ding ist, we know that this is not your strongest look, aber ich finde, na, jetzt im Nachhinein fast besser, als wie ich ihn dort gefunden habe. Jetzt, wenn ich mir den anschaut, bin ich so, honestly, Slay, it's fine, I like it. Also ich muss sagen, jetzt, wenn ich mir den auf den Bildern angucke, finde ich den eigentlich auch voll in Ordnung. Also ich würde den jetzt auch tatsächlich ohne die Sicherheitsfolie vielleicht sogar so wieder anziehen. Wenn man die Sicherheitsfolie wegnimmt und die irgendwie vielleicht durch was hochwertigeres ersetzen würde, wäre der eigentlich voll geil. Ich habe den auch wieder komplett selbst gemacht. Auch die Haare und alles. Also ich finde, ich hatte genug Glitzer drauf. Die Haare hatten Glitzer, die Brille hatte Glitzer. Ich mag den Look. Die haben mich zwar, ich wurde zwar gereal, aber Gerostet, Honey Potato. Aber es war auch irgendwie eine gute Situation, weil ich konnte da zeigen, das konnte ich meine Personality auf dem Blumenberg zeigen, weil ich war davor die ganze Zeit safe und dann, als sie mich kritisiert haben, habe ich dann halt zurückkritisiert. Oh ja. Und they loved it. With you, they loved. Das ist so der größte Streck gewesen in dieser Staffel, dass du einfach wirklich dein Maul nicht halten konntest. Und egal, was du gesagt hast, hast du irgendwas gesagt. Sowohl positiv, als auch nicht. Do you remember, oh my god, I get to it, I need to tell a story about the jeans look. Wir lassen das für später aufheben. Yeah, yeah, when we get to it, I will tell a story. Because the girls were both lying. Everybody was lying on the stage. And I will expose everybody on this good episode of Halsmal. Now. Fierce. Ja, ähm, was soll ich sagen, der Look war saulaut, weil das echt so eine, also es war keine Sicherheitsfolie, weil die sind saudünn, aber es war auf jeden Fall irgendeine Dekofolie, so eine goldene und der war so laut, die Soundleute müssen mich gehasst haben. Ich bin so den Runway runtergeraschelt. Aber ich stehe hinter dem Look. Ich glaube, ich muss den nochmal recreaten. Ich stehe hinter dem Look. Hast du den nicht auch wegschmissen? Ja, also nach dem Runway, nachdem die mich da so geroastet haben, habe ich den natürlich weggeschmissen. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Aber ich glaube, ich werde den nochmal recreaten. Ja, voll. There is like, there is something in there. Ich mich einfach alle meine Looks am wegschmeißen war. Du so. Ja, für einmal reicht's. Ja, fällt schon auseinander. Naja, weiter. So, nächste Folge war der beste Runway unserer Staffel. Es war der Angela Merkel Runway. Meta, was hast du gedacht, als du Night of a Thousand Angies auf dem Coresheet gesehen hast? Stupid. Ich war so, ich war voll verwirrt, weil ich mir gedacht habe, spannend, dass es niemand anderen gibt, kein anderes Celebrity in deutschsprachigem Raum, das ist auf der ersten Staffel von Drag Race Germany irgendwie eine Fashion-Ikone vielleicht oder irgendwie sowas. Nina Hagen, ich weiß noch, was ich sage. Harald Glöckler? Ja, Guido Maria, Glöckler! I don't know. Whatever. Helene Fischer alleine. Weißt du, this is stupid, but Helene Fischer hat at least Drag Looks. Und dann haben wir kurz... Thomas Gottschalk. Oh. Oh. Cancelled. Cancelled. Ähm. Du siehst gar nicht aus wie eine Angela Merkel impersonatorin. Ähm. Und dann war ich ehrlich gesagt verwirrt über das Ganze, weil ich war dann so, okay, wollen sie, dass wir einen Drag Look aus Angela Merkel Look machen? Also, zum Beispiel Pink Suit und ich mache dann einen Pink Drag Muglia Power Suit draus und habe meine eigene Interpretation. Oder wollen sie, dass wir das komplett eins zu eins nachmachen? Like, das war ja nicht spezifiziert. Es war nur so, wie wir ein Bild schicken müssen von dem Look, den wir nachmachen, damit keiner den gleichen Look macht. Which is just a stupid prompt from, es gibt drei Kleider und 50 Anzüge in verschiedenen Farben. Ja. So, we all look the same even though we chose different looks. Und auch, this might not be true, I don't know this, Barbie, break our call in. Ich glaube nicht, dass die Produktion den Judges unsere Inspirationsbilder gegeben hat. Oder? Nein, weil sie dachten nämlich bei uns beiden, dass wir denselben Look wie zum Beispiel Lilly mit den Titten machen, den wir beide nicht gemacht haben. Ich habe nämlich auch einen von irgendwelchen Festspielen, wo sie ein schwarzes Kleid mit einer Federboa anhatte, weil ich dachte, okay, irgendwie track. Aber sie dachten, glaube ich, dass das dieser bekannte Festspiel-Look ist, wo sie... Genau. Das haben sie bei mir auch gedacht, weil ich bin ja gejudged worden, für das, dass ich keine Brüste drin habe. Und ich habe mir dann das Bild nochmal angeschaut, wie ich zu Hause war und war so, man sieht ihre Brüste in dem Kleid, die sie gemacht hat, nämlich gar nicht. Und sie waren aber so, nee, Angela Merkel hat Riesenbrüste, das ist Angela Merkel. Und ich war so, du warst so, ich bin Angela Merkel auf Osempic. It's like, yeah, but like, also my track doesn't have breasts. I was like, I don't, okay. Ja, ich finde halt, am schlauesten waren eigentlich dann im Endeffekt Pandora und Lorelai, die in die campy, lustige Richtung gegangen sind, was ich auch nicht verstehe, warum ich das nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, warum ich das so ernst genommen habe. Ich war so, okay, das muss irgendwie, das war überhaupt kein Sinn in meiner Welt. Also eigentlich müsste ich auch da sofort auf irgendeinen Meme oder so anspringen. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Aber die Lorelai, ich finde Lorelai hatte den besten Look auf jeden Fall mit den Papageien, das war iconic. Oh mein Gott. Obviously, wenn du den Prompt kriegst, Angela Merkel Runway muss, das soll lustig sein. Obviously wollen die die keinen Slay Angela Merkel. Yes. Ich weiß nicht, what the fuck was I thinking? Ich glaube, sie haben uns einfach wahnsinnig verwirrt, weil sie von uns Bilder wollten von dem genauen Look. Also haben wir geglaubt, dass es so ein Runway ist, wo daneben das Bild dann kommt. Ja. Und es ist so, du wirst gejudged darauf, wie accurate this is, bitch. Ich habe die Schuhe geresearched, die Strümpfe researcht, wir haben die gleiche Ham Length gemacht, wir haben die Color fucking Palette noch gemacht. I fucking researched the shit out of this und dann habe ich nur die Federbohrer dazugegeben, für die ich dann gejudged worden bin, weil Bobby im Workroom gesagt hat, mach deine Dragified Version von Angela Merkel und die so, wow, fuck my drag. I just did exactly Angela Merkel, but then they said I didn't because tits. Aber wir können sich ja alle erinnern an den Angela Merkel Look mit dem Deutschland-Bikini. Ähm. Ähm. Ah ja, einfach zu meinem Look. Ich habe tatsächlich für den Look alle meine Tattoos abgecovered und ich finde, ich hatte eins der besten Angela Merkel Make-Ups. Oh, die Make-Ups waren so schlimm an dem Tag. Ich fand es irgendwie voll geil, es hat voll Spaß gemacht, es war auch eine gute Übung für Vincent Raven schon mal. einfach fucking zehn Angela Merkels die beim Essen sitzen, das war wirklich, das war so wild. Oh ja. Das war richtig ärgerlich. Ja, aber, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mir, ich dachte so, ich suche mal irgendeinen schönen Look aus, also irgendein Kleid, was sie mal getragen hat und dann habe ich gesehen, dass sie eine Federbohr auf dem einen anhatte und war so, okay, das ist irgendwie Drag und habe dann das gemacht, keine Ahnung. Ich habe dann gesagt, ich habe das Kleid selbst gemacht, habe ich gar nicht, ähm. Das ist, ähm, von einem bekannten Fast-Fashion-Unternehmen. Aber ich habe Steine noch draufgeklebt. Ja, no, ich weiß, schau, diese Looks sind nicht, nicht die besten Looks, aber das liegt einfach an der Prompt. Ähm, und wie gesagt, bis heute habe ich das Judging wahnsinnig confusing gefunden in der Episode, weil jeder hat so ein eigenes Judging gekriegt. Ja, ich dachte zum Beispiel auch, dass Lele die Episode gewinnt, weil sie diesen Reveal-Look hatte mit der, mit der Kato, mit dem Turi-Look, weil sie jetzt eigentlich, sie hat es eigentlich perfekt gemacht, weil sie hat einen Meme-Look und einen Slay-Look gemacht zusammen. Yes. Und sie hat die fetten Tinten gehabt, oder ist sie? Ich habe sogar zu Lele, this is so horrible, if you know what happens. Ich habe, ich habe geglaubt, dass ich Lipsenken muss, und ich habe meinen Song angehört, und Lele steht neben mir, und ich so, ähm, girl, I think you're gonna win. I, I think this, I think you're gonna win this week, uh, it makes sense to me. She was like, I don't think so, but I think I'm good. She went home. She went home. It was like, it was crazy. It was crazy. But yeah. Yeah. Come on, Würfelspiele. So, ähm, Moe. Sollen wir noch einen machen? Mhm. Ja, this episode is gonna be a two-partner, meine Lieben, deswegen machen wir noch einen Look, und dann gibt es in der nächsten Episode die restlichen Looks. Episode 5, Rave Parade. Äh, Love Parade durften sie, Copyright mäßig durften sie nicht sagen. Wirklich? Ja, eigentlich auf dem Prompt stand ja Love Parade, aber ich denke mal, das ist, äh, Trademarkt oder so. Oh. Geil. Ähm, und dann wurde es zu Rave Parade. Das war das erste Mal, dass ich gute Kritiken für den Look gekriegt habe. Aha. Obwohl das halt irgendwie so, der ist eigentlich der simpelste Look, das waren alles Separates, die ich schon hatte. Ich hatte eigentlich was anderes geplant, das hat aber alles nicht funktioniert. Ja. Und, ähm, dann habe ich einfach Separates, die ich schon hatte, zusammengeschmissen. Und, ja. I like your look a lot. I think, also es macht so viel Sinn mit der Prompt, die wir gekriegt haben. Ich finde das Make-up spannend. Ich finde die Hafe geil. Ähm, I like seeing you in, like, a styled wig. You know, like, it's, it's, it's a gorgeous styled wig. Ähm, und es ist halt einfach, das ist dein Stil. Weißt du, man? Das ist genau der Kategorie. This is genau der Stil and, uh, you did it well. Is it my personal taste? No. But nothing on the stage was because I just don't like the neon vibes of it all. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ja, ich muss sagen, ich finde es jetzt selber, bei mir ist es irgendwie nicht so wirklich ein Runway-Look, würde ich sagen, aber das Motto ist auch schwierig als Runway umzusetzen, finde ich. Weil es einfach darauf basiert, dass es eigentlich casual wear ist. Ähm, die ist, der Look ist ganz süß, weil die Ketten, die ich an um den Hals habe, hat eine Freundin für mich alles aufgefedert, die Haare habe ich gemacht, die Jacke hat mir eine Freundin geschenkt, den Rock hat mir Candy Crash geschenkt, vor tausend Jahren, deswegen war es irgendwie so ein Mix aus Leuten, die ich liebe, liebe, Leute, du ja liebe, Leute, die ich liebe. Ähm, und ich dachte ganz ehrlich, als ich den Look angezogen habe, dass sie mich wieder komplett roasten werden auf dem Runway. Aber sie haben es geliebt. Ja. Oh, und ich hatte einen Rucksack von Pandora Docks an. Also Pandora, vielen Dank. Stimmt, yes. Und da habe ich nämlich das erste Mal so eine Story auf dem Runway erzählt und irgendwie rumgeblödelt und das fanden sie dann, glaube ich, geil. Ich habe auch, glaube ich, ein Riesentütchen mit Mehl aus meinem Rucksack gezogen. Oder so ein leeres Tütchen. Ja. Yes. Dein Look. Ja, ich finde, du siehst aus wie so ein Hündchen. Weißt du, kennst du diese Hunde mit den mit den langen Arten an den Ohren? Shih Tzu, oder? Ja, ja, ich heiße schwuler Shih Tzu. Mit Tone of Shit. Oh! Und it's giving us so ein bisschen Flintstones mit der Jacke, finde ich. Haha, okay, yes, I guess. Ja, es ist halt eine Meta-Umsetzung von Rave. Ich finde es cute. Ja, ich finde, das ist so, es ist, es ist a perfectly fine look. Ich bin kritikt, was dafür, dass es zu high fashion ist. Und bei der Kritik war also, well, wir sind bei Drag Race. Ich war trying to do a fashion interpretation of the theme, because that's my drag. But, okay. but I think it's a fine look, you know, der look ist, der hat schon existiert, ich habe mir den nur ausgeliehen von Arachne und es war, das war einer der easiest looks to get together. I didn't really put much thought into it. Ja. Gut. Schöner Abschluss. Okay, sorry, okay. Yes, no, period, slay, eh, but look at the nails. Did you click the nails? The nails, yeah, the nails. The nails had hand-painted stars on them. Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr für den ersten Part von unserem zwei-Parter von Looks reagieren aufeinander eingeschaltet habt. Lasst uns gerne nochmal eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da, folgt uns auf Spotify und wo auch immer ihr diesen Podcasts hört. Ihr könnt uns auch jetzt gern auf dem Halsmaul-YouTube-Channel folgen, wenn ihr die Video-Version von dem sehen wollt und nicht auf unserem Instagram herumscrollen wollt, um die Looks zu finden, wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt, wie wir aussehen. Aber folgt uns auch auf Instagram. Yes, auf Instagram at evonelightstand und at metamorkid. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Halsmaul! Halsmaul! Bye! Und nächste Woche kommen die geilen Looks. Man merkt, dass sie die schlechten Looks auch in den Anfang der Staffel gelegt haben. Und in der zweiten Staffel kommt die geilere Looks. In der zweiten Folge. In der zweiten Staffel. In der zweiten Staffel. Bye! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.